Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Color.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Michel Prauser an. Dieser hat über Think Big Evolution geschrieben, welches sie mit 4,2 Sterne bewertet hat. Wie ihre Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Think Big Evolution ist ein digitaler Kurs über 33 Tage von weinten Lindau. Der Kurs soll ein Wegbegleiter zum einen Erfolg sein, eine Stärkung des Selbstbildes. Er basiert auf neuromissenschaftlich fundierten Methoden, die alle dazu anregen sollen, über sich hinauszuwachsen und ein Zielkonsequenz zu verfolgen. Der Kurs ist nun in zweiter Auflage erschienen, das heißt, er wurde noch einmal komplett überarbeitet. Bereits mehr als 2000 Menschen haben daran teilgenommen. Beide Lindau arbeitet seit mehr als 20 Jahren im Bereich der Beratung und des Trainings. Er bezeichnet sich als Teacher, Speaker und Autor. Sein Buch Heirate dich selbst, wie radikale Selbstbilder durch unser Leben revolutioniert, hat es zum Bestseller geschafft. Werde verrückt, wie du bekommst, was du wirklich willst oder seelengevögelt. Manifest für das Leben sind weitere Werke von ihm. Er hat noch weitere erfolgreiche Projekte an den Start gebracht, wie Human Trust oder die Life Trust Academy. Human Trust ist eine Life-Coaching-Plattform, auf der man diverse Kurse durchlaufen kann mit unterschiedlichen Kernthematiken. Eine Mitgliedschaft dort ist kostenpflichtig. Weid Lindau hat seine Berufung gefunden und möchte anderen dabei helfen, es auch zu finden. Der Think Big Evolution Kurs strebt die Selbstverwirklichung an. In dem Kurs begleitet dich Leid Lindau über mehrere Lektionen auf dem Weg zu mehr Erfolg auf allen Ebenen und an allen Lebenslagen. Egal ob auf emotionaler, materieller, physischer oder geistiger Ebene. Think Big Evolution setzt überall an. Über 33 Tage und Lektionen vermittelt Weid Lindau dir seine Erfolgsprinzipien und spricht dabei häufig das Unterbewusstsein an. Angefangen mit bei der eigenen Person, denn das ist die Ursache, die Muze des Problems oder des fehlenden Erfolges. Das Ziel ist es, das aus einem herauszuholen, was zum Erfolg führt. Lindau zeigt dir dafür zum Beispiel, wie du mit den drei Bewusstseinsebenen Tagesbewusstsein, Unterbewusstsein und Überbewusstsein kommunizierst und sie lernst zu verstehen. Man lernt, warum man so ist, wie man ist und wie das die eigene Realität beeinflusst. Großes Thema ist auch zu lernen, größere und freiere Gedanken zu entwickeln und nach ihnen zu streben. Wesentlich dafür ist die Entwicklung von neuen effizienten Gewohnheiten und dem Verabschieden von alten Gewohnheiten, die einen eventuell nur zurückgehalten haben. Man lernt seinen Sinn, seine Visionen und seine Ziele kennen und man geht einen eigenen Weg, wie Walze schön sagt, den Weg eines Meisters, ohne sich dabei von anderen Leuten beeinflussen zu lassen. Antrieb dafür soll ein Lebensziel sein, welches man sich sucht. Dieses sollte idealerweise außerhalb der eigenen Komfortzone liegen. 33 Lektionen und 33 Tage. Jeden Tag eine neue Lektion. Für mehr als einen Monat steht weiterhin nur täglich an deiner Seite und motiviert dich. Das geschieht in Form von Videos, Audiodateien oder PDF-Dateien. Vorgesehen ist, dass man sofort nach dem Aufstehen sich dem Kurs widmet, man hat eine Verabredung und bald. Die Lektionen dauern meistens zwischen 15 und 25 Minuten. Die Lektionen sind übrigens nicht alle sofort freigeschaltet, denn der Kurs baut aufeinander auf. So bekommt man jeden Tag eine neue Lektion zur Verfügung gestellt. Die ersten Lektionen beschäftigen sich mit der konkreten Formulierung eines Ziels. Es soll groß sein, nach den Sternen greifen, aber nicht unrealistisch werden. In den ersten Tagen fordert bei dich dazu auf, drei Handlungen aufzuschreiben und zu erledigen, die dich diesem Ziel in irgendeiner Form näher bringen. Und so geht es von Lektion zu Lektion. Man bekommt Aufgaben gestellt, die es geht zu bewältigen. Ich habe keine Zeit oder Lust, ist hier keine Ausrede. Man merkt, dass der Kurs darauf setzt, neue Routinen zu etablieren in den Alltag. Im Kurs sind auch acht Meditationen enthalten. Dort lernt man runterzukommen, seine Kräfte zu mobilisieren, sich zu fokussieren und mit neuer Energie die Sachen anzupacken. Den Kurs bekommt man über den Digistore 24 für 99 Euro. Bezahlen kann man mit Paypal, Banküberweisung, Sofortüberweisung, Kreditkarte oder auf Rechnung. Der Kurs ist natürlich im ersten Moment teurer als jeder Ratgeber, aber er bietet mehr. Bücher verstauben häufig im Regal, während man bei dem ThinkPick Revolution Kurs den Aspekt der täglichen Motivation und konkreten Aufforderungen hat. Bayt gibt ihr immer den Anstoß, was ein Buch häufig nicht erreichen kann. 33 Tage sind vorbei und ich habe mir eine Meinung gebildet. Zunächst einmal, warum überhaupt der Kurs? Ich kenne Badlinda als Autor und habe seine Bestseller gelesen. Heiratete dich selbst. Daraufhin stöberte ich auf seiner Homepage herum und fand den Kurs. Bayt war mir einfach in den Vorstellungsvideos sympathisch und ich entschied mich dem Ganzen eine Chance zu geben. Dazu soll gesagt sein, dass ich solchen Kursen sonst eher skeptisch gegenüberstehe. Aber ich denke, ich kann nun sagen, dass es eine gute Wahl war. Ich möchte nicht so weit gehen und sagen, dass es mein Leben geändert hat, aber ich denke, ich bin dabei, es zu ändern aus eigener Kraft. Diese Kraft allerdings gab mir der Kurs. Für 33 Tage wird es zur Routine, dass man sich morgens mit Bayt trifft, der dich motiviert und die Aufgaben stellt. Nach und nach wird es zur Gewohnheit. Ich bin produktiver geworden und habe mehr Energie. Ich träume nicht mehr nur noch vor Dingen. Ich wage nun auch die ersten Schritte. Und seien wir mal ehrlich, genau da hakt es doch schon bei den meisten. Jeder träume, aber nur wenige setzen sie um, weil man sich selbst zurückhält. Mit den Methoden lernt man aber, wie es richtig geht, wie man erfolgreicher wird und das nicht nur in materieller Hinsicht. Wie man das Wissen des Kurses letztendlich einsetzt, ist jedem selbst überlassen, aber man sollte auf keinen Fall den Fehler machen und den Kurs nur darauf reduzieren. Natürlich ist es schön, wenn man seine Umsätze steigert oder wenn man die Karriere leider aufsteigt. Aber die Essenz des Kurses ist es, auf allen Ebenen erfolgreicher zu werden und im Endresultat auch glücklicher. Ich bin zufrieden mit dem Kurs. Das ist das, was ich sagen möchte. Empfehlen würde ich es allerdings auch nur für Leute, die sich für solche Sachen öffnen können und die nicht von Anfang an aus Prinzip ablocken, weil sie es als Humbug abschlagen. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewertet dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo Video von Produkt-Kenner.de